heute gibt es die lifeline perks um die ohren und hier muss ich natürlich auch noch mal betonen natürlich habe ich vor kurzem erste video darüber gemacht dass in season 22 also ein wenig in der zukunft von apex legends ein komplettes mega rework von lifeline bestehen soll und ihr seht an den perks auch dass das natürlich die standard lifeline variante ist denn hier in diesen perks hört ihr das wiederbelebungs schild und deswegen bleibt hier abzuwarten oder können hier davon ausgehen wenn die legend nicht resettet werden so wie es im allerersten perks video erzähle mit den fähigkeiten dort erzähle ich komplett wie das system funktioniert denn das gerücht geht eben rum dass wohl angeblich irgendwann die ganzen legenden auf ihr standard zurückgesetzt werden das macht aber nur sinn wenn wir die perks bringen auch wenn ich nicht glaube dass das überhaupt passiert aber geht einfach mal davon aus dass die lifeline perks im allgemeinen überarbeitet werden weil einige dieser perks machen einfach überhaupt keinen sinn müssen wir aber mal abwarten vielleicht kommt als perk ja das revive schild zurück das wäre zum beispiel eine variante jetzt fangen wir aber direkt mal an die ersten drei perks die standard perks wenn du ein squat made wieder belebst erhältst du und dein teammate 25 lebenspunkte obendrauf die verwendung einer spritze stellt zusätzlich 15 leben wieder her deine wiederbelebung bleibt nach der wiederbelebung schild bleibt nach der wiederbelebung eines quad mates für drei sekunden lang erhalten das finde ich eine sehr sehr starke fähigkeit hier wie gesagt in der mobilen version gab es das revive schild nach wie vor das ist nicht verschwunden das ist ähnlich wie bei mirage wenn du jemanden aufhebst wird der unsichtbar und nachdem du fertig bist und keine waffe oder so ziehst abfeuerst oder sonst irgendwas bleibst du drei sekunden unsichtbar also der mirage außerhalb der mobilen version das wollte ich damit sagen finisher perks wie immer du machst den finisher bekommst 100 auf deinen evo schild obendrauf dann gibt es den zweiten perk erhalte einen besseren hop-up für deine waffe wenn der finisher durchgeboxt wurde haben wir auch bei bangalore schon gehabt diesen perk ist doppeln sich auf jeden fall hier und da welche das sollte klar sein und der dritte wenn du deinen finisher einsatz wird eine spezielle heildrohne an deinen standort gerufen das heißt es lohnt sich definitiv wenn du es schaffst hast du nach dem finisher auf jeden fall wieder ein volles schild und eine heildrohne kommt und heilt dich gleichzeitig noch wenn es durchgeht das klingt auf jeden fall mega mega stark und dann haben wir die ability perks die dock drohne verfolgt das erste ziel was sie heilt geht aber weg oder verschwindet wenn es angeschossen beschädigt außer reichweite ist oder eben mit der heilung fertig ist sollte klar sein das zweite das care package enthält ein zusätzlichen gegenstand und beutekisten enthalten einen zusätzlichen gegenstand und full metal dock ist die letzte fähigkeit die dock drohne heilt weiter während sie schaden nimmt aber ihre dauer ist reduziert und hier stehe ich ein bisschen auf dem schlauch meiner meinung nach konntest du die heildrohne doch niemals zerstören irre ich mich vielleicht ging das nur in der mobilen version aber ich habe noch nie erlebt dass jemand eine heildrohne zerstört hat keine ahnung vielleicht ist das einer dieser vielen mythen die in apex legends existieren ohne dass man es vielleicht wirklich weiß das waren die lifeline fähigkeiten und wie immer bin ich gespannt was ihr zu diesen perks zu sagen habt und schreibt auch gerne rein wie würdet ihr lifelines zusammenstellen denkt dran von jeder dieser einzelnen klassen kannst du nur ein perk auswählen insgesamt drei ihr wisst bescheid das war es von mir heute rein ciao